So, wir sind jetzt bei den geothermischen Quellen angekommen. Uh, ich bin der einzige mit kurzen Hosen. Uh, der Fabio war eine Wollmütze am Kopf. Und es ist sehr nahe zur Füße. Sehr nahe. So, etwas wie 4 Kilometer. Die Menge Energie in der Wasser ist komplett anders. Die famousen, all fates. Und, nach einigen Jahren, 200, 300 Jahre später... Es ist eine Art von Extremophilien, die Gruppe der Extremophilien. Also mit Yellowstone kann man das hier nicht vergleichen. Das ist auf den Kameras die Kamera mit den Trappen. Ja. Ich habe eine große Aufmerksamkeit. ... ... ... ... ... So, jetzt gibt es Frühstück auf 4.300 Meter Höhe, jetzt kommt auch langsam die Sonne raus. Ich friere. Es ist gerade zu leicht von der Position zu fotografieren und beide Gesichter rauszuschneiden. Ja. 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 Es gibt noch mehr als 20 Prozent, oder? Ja, es gibt noch mehr. Der Kaktus ist 300 Jahre alt, sagt unser Guide.